Herzlich willkommen zu einem Video des Projektes OER für die Lehrkräftebildung Handlungsstrategien für heterogene Klassen der Universitäten Oldenburg und Fechter, gefördert vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur in Zusammenarbeit mit der Universität Flensburg. Response to Intervention, ein Mehrebenenmodell. Inhalt und Ziele des Videos. In diesem Video stellen wir Ihnen ein Mehrebenenmodell vor, das in Deutschland in inklusiven Settings eingesetzt wird, das Response to Intervention Modell oder kurz RTI. Das RTI zeigt auf, wie man den Bedarfen aller Lernenden in einem inklusiven Setting gerecht werden kann und wie sich Unterstützungsmaßnahmen ökonomisch und wirkungsvoll organisieren lassen. Wir möchten Sie dadurch anregen, die eigene Lehrkompetenz zu steigern und den Herausforderungen eines inklusiven Unterrichts Gelassener zu begegnen. Einführung. In Deutschland gibt es das Instrument des Bedarfs an sonderpädagogischer Unterstützung, das auf Antrag der jeweiligen Schulleitung vergeben wird. Es stellt Mittel für die Unterstützung von SchülerInnen zur Verfügung, die im schulischen Alltag auffallen, weil sie den Anforderungen nicht gewachsen sind. Eines der Probleme dieses Verfahrens ist, dass zur Feststellung des Bedarfs erst eine wahrnehmbare Abweichung von der Norm verliegen muss. Man spricht auch vom Way-to-Fail-Problem. Nur wenn Lernende in der Schule bereits gescheitert sind, wird eine Diagnostik durchgeführt und erst dann kann er oder sie Unterstützung zum Beispiel durch spezielle Fachkräfte erhalten. Inklusive Bildung ist aber präventiv orientiert. Statt zu warten, bis Lernende an schulischen Anforderungen scheitern, werden ihre Stärken und Schwächen von Anfang an ermittelt und begleitet, um ein Versagen direkt im Vorfeld abzufangen. Um dies konsequent umzusetzen, braucht es den Aufbau eines präventiven Systems, das auf verschiedenen Pfeilern ruht. Evidenzbasierte Verfahren, die im Rahmen des Standard-Treatment-Protokolls zum Einsatz kommen, helfen, wirkungsvolle Maßnahmen zu identifizieren, um damit Qualität und Effektivität von Unterstützung im Sinne eines wirkungsvollen Unterrichts zu erhöhen. Unterricht ist ein komplexes, anspruchsvolles Geschehen, das durch Inklusion zusätzlich beansprucht wird. In Teams zur kooperativen Unterstützung, sogenannten Problem-Solving-Teams, arbeiten Lehrkräfte und Spezialisten zusammen, um dieser Aufgabe effektiver begegnen zu können. Dabei erhalten sie eine Rahmung durch den Einsatz von präventiven Mehrebenenmodellen. Diese in den USA für inklusive Settings entwickelten Modelle sind in verschiedenen Ebenen der Unterstützung organisiert. Diese werden auch als Stufen bezeichnet. Auf der Basis von Lern- und Entwicklungsverlaufsdiagnostik werden geeignete Fördermaßnahmen ausgewählt, mit dem Ziel, Schwierigkeiten zu mindern oder sogar zu verhindern. Ein in Deutschland weit verbreitetes Mehrebenenmodell ist das Response-to-Intervention-Modell, kurz RTI, das hier näher dargestellt werden soll. Das RTI kann als Rahmenmodell verstanden werden, das Richtlinien für die stufenorientierte Durchführung von inklusiven Unterricht anbietet. Die unterschiedlichen Lernangebote innerhalb der Stufen werden dabei ständig auf ihre Wirksamkeit überprüft, indem man die Lernentwicklung der SchülerInnen verfolgt. Dabei wird eine Zuordnung zu den verschiedenen Stufen eher temporär als permanent angesehen. Dem zugrunde liegt der präventive Grundgedanke, dass eine effektive Begleitung der lernenden Risikofaktoren möglichst frühzeitig erkennt und durch geeignete Maßnahmen einen ungünstigen Verlauf abmildern oder sogar verhindern kann. Die einzelnen Stufen unterscheiden sich im Hinblick auf die Größe der Instruktionsgruppe und die Häufigkeit sowie die Intensität von Förderung und Verlaufsdiagnostik. Es kommen unterschiedliche Organisationsformen wie Klassenunterricht, Fördergruppen oder Einzelbetreuung zum Einsatz, wobei die Übergänge fließend sein können und sich den Bedarfen der Lernenden sowie den Rahmenbedingungen anpassen. Die einzelnen Stufen sehen wie folgt aus. Stufe 1. Auf dieser Stufe werden durch die Klassenlehrkraft Angebote für alle SchülerInnen einer Klasse gemacht. Die Maßnahmen dieser Stufe zielen auf einen differenzierten und lernwirksamen Regelunterricht ab. Dafür werden evidenzbasierte Verfahren eingesetzt, also Verfahren, deren Wirksamkeit bereits in Studien überprüft und gezeigt werden konnte. Beispiele für solche Verfahren sind ein gutes Classroom-Management oder ein geeignetes Feedback, für die übrigens eigene Videos in diesem Projekt zur Verfügung stehen. Bereits in dieser ersten Stufe findet ein systematisches Monitoring der Lern- und Entwicklungsverläufe durch regelmäßige, standardisierte und ökonomische Diagnostik aller Lernenden statt. Diese wird zum Beispiel dreimal pro Schuljahr durchgeführt. Für SchülerInnen, bei denen Schwierigkeiten identifiziert werden, wird bereits jetzt zusätzlich mit einer Lernverlaufsdiagnostik begonnen. Den meisten Lernenden bietet der so gestaltete Regelunterricht auf Stufe 1 eine gute Möglichkeit, sich zu entwickeln und ihr Potenzial zu entfalten. Eine Gruppe von Kindern benötigt jedoch mehr Unterstützung. Die Maßnahmen aus dieser Stufe sind für sie nicht ausreichend. Sie erhalten weitergehende Angebote aus Stufe 2, der Stufe der intensiven Förderung. Dies betrifft etwa 20 Prozent aller Kinder. Für sie wird in dieser Stufe die Unterstützung intensiviert und es werden standardisierte problemlöse Konzepte vermittelt. Dies kann in kleinen Gruppen durch die Klassenlehrkraft erfolgen, andere Varianten sind aber ebenfalls möglich. SchülerInnen, die Maßnahmen aus dieser Stufe erhalten, werden engmaschig begleitet und auch die Lernverlaufsdiagnostik wird häufiger, zum Beispiel ein- bis zweimal wöchentlich durchgeführt. Zeigen die Lernenden eine positive Reaktion auf die Maßnahmen, werden diese beendet und die Lernenden werden wieder nach Stufe 1 gefördert. Zeigen die Maßnahmen jedoch nicht die gewünschte Wirkung, wird die Unterstützung erneut intensiviert und sie erhalten in der dritten Stufe intensive Hilfe, oft als Einzelfallhilfe. Maßnahmen dieser Stufe betreffen Kinder, die so große Schwierigkeiten haben, dass sie mit den Maßnahmen aus den Stufen 1 und 2 nicht behoben werden konnten. Dies trifft allerdings nur auf ca. 5% aller SchülerInnen zu, was für eine einzelne Klasse auf etwa ein bis zwei Kinder hinausläuft. Diesen wird ganz individuell begegnet, mit einer hohen Intensität und unter kontinuierlicher Begleitung durch Lernverlaufsdiagnostik mehrfach pro Woche. Die Förderung findet in der Regel als individuelle Einzelförderung, z.B. durch eine sonderpädagogische Fachkraft statt, kann aber auch in geeigneten Kleingruppen oder ähnlichem erfolgen. SchülerInnen mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf werden sich in der Regel in dieser Stufe wiederfinden. Vorteile des Modells SchülerInnen, die Förderung nach Stufe 2 oder 3 erhalten, bleiben zu großen Teilen im Klassenverband integriert und nehmen weiterhin am Unterrichtsangebot nach Stufe 1 teil. Die Kinder oder Jugendlichen erleben von Anfang an, dass alle in ihrem Umfeld unterschiedliche Lernausgangslagen haben und individuelle Unterstützungsangebote bekommen. Sie können in unterschiedlichen Lernfeldern auf verschiedenen Stufen eingeordnet sein und die zusätzlichen Angebote verstehen sich eher temporär als dauerhaft. Dadurch und durch eine geeignete Kommunikation durch die Klassenlehrkraft wird einer Etikettierung und einem Ausschluss aus der Klassengemeinschaft vorgebeugt. Daher wirkt dieses Vorgehen nicht so stigmatisierend und exkludierend, wie es bei einem Verfahren eines sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs der Fall sein kann. Die Wechsel zwischen den verschiedenen Stufen sind abhängig von der Wirksamkeit der Maßnahmen, daher auch der Name Response to Intervention. Wird eine erfolgreiche Förderung festgestellt, wechseln die SchülerInnen zurück in die untere Stufe. Hatten die Maßnahmen keinen Erfolg, werden diese überprüft und gegebenenfalls durch andere ersetzt oder es erfolgt ein Wechsel in eine höhere Stufe. Die Entscheidung über einen Wechsel kann auf verschiedene Arten getroffen werden. Im Rahmen des Standard Treatment Protocol werden lern- und entwicklungsbegleitende Diagnostik oder Curriculum-basiertes Messen eingesetzt. Alle Kinder werden auf bestimmte Fähigkeiten hin überprüft. Kinder mit ähnlichen Ergebnissen erhalten dann die gleichen, zuvor festgelegten Fördermaßnahmen. Beim Collaborative Problem Solving erfolgt eine Beurteilung für risikobelastete SchülerInnen hingegen individuell. Ein ExpertInnen-Team entscheidet gemeinsam mit der Lehrkraft der allgemeinen Schule und auf Grundlage zuvor ermittelter Leistungs- und Entwicklungsdaten, ob ein Stufenwechsel stattfinden soll und entwickelt gegebenenfalls einen entsprechenden, individuellen Förderplan. Die Auswahl des Verfahrens wird durch die jeweilige Situation und deren Gegebenheiten bestimmt. Abschließende Bemerkung. Das RTI hebt sich von anderen Mehrebenenmodellen ab, weil es großen Wert auf die Dokumentation der Lern- und Unterstützungsprozesse legt. Die damit gewonnene Transparenz dient der Objektivität und hilft, die wirksamsten Fördermöglichkeiten für alle SchülerInnen zu finden. Dabei wurden Mehrebenenmodelle wie das RTI als eine der wirksamsten Vorgehensweise des Lehrkräftehandelns identifiziert, denn es konnte gezeigt werden, dass die Entstehung und Verfestigung von Lern- und Entwicklungsstörungen vermindert oder sogar verhindert werden können. Unsere Empfehlung. Das Rügener Interventionsmodell ist eine Umsetzung des RTI im Rahmen eines Modellprojektes und zeigt eben solche Effekte. Ausführliche Informationen und Umsetzungen für den Bereich Deutsch und Mathematik sowie Verhalten und Sprache bis hin zu konkreten Arbeitsmaterialien finden sich unter dem angegebenen Link. Unser Fazit Inklusive Bildung verlangt eine individuelle Begleitung aller Lernenden. Mehrebenenmodelle wie das RTI helfen Lehrkräften, die Lernenden individuell wahrzunehmen und dennoch weitestgehend gemeinsam zu fördern. Die kontinuierliche Begleitung des Lernprozesses ermöglicht die frühzeitige Identifikation von Risikofaktoren. Diese können dadurch präventiv vermindert oder sogar verhindert werden. Die Lehrkraft kann dabei auf die Unterstützung von spezialisierten Fachkräften zurückgreifen. Damit bietet der Einsatz des RTI eine gute Möglichkeit, sich den Herausforderungen inklusiven Unterrichtens zu stellen. Wenn Sie möchten, setzen Sie sich mit den folgenden Anregungen auseinander. RTI verfolgt einen präventiven Ansatz. Worin besteht er und welche Vorteile bringt er mit sich? Worin unterscheiden sich die verschiedenen Stufen des RTI? Stellen Sie sich eine Unterrichtssituation vor und beschreiben Sie, wie die einzelnen Stufen konkret umgesetzt werden könnten. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, empfehlen Sie es gerne weiter. Aktuelle Informationen zu diesem Video, Literaturangaben und weiteren Materialien aus diesem Projekt finden Sie unter dem angegebenen Link oder bei twillow.de unter dem Stichwort OER Lehrkräftebildung. Lizenzhinweise Dieses Video wurde unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht und ist zur Weiternutzung freigegeben. Die genauen Bedingungen entnehmen Sie bitte dieser Ansicht.